Gibt es so etwas wie Gesetze oder Vorstellungen von Gerechtigkeit, die für alle Kulturen gelten? Für Menschen gleich welcher Herkunft, Lebensweise, Geschichte? Und gelten diese universalen Regeln dann unabhängig von der Zeit oder ihrer Identität für alle Menschen gleichermaßen? Spoiler, die Antwort lautet ja. Wie verhält sich aber dann dieser radikale Universalismus zu all den Fragen und Problemen der Identität? Der faktischen Unterdrückung von Menschen, trotz gleicher Rechte aller Menschen. Oder wie verhält er sich zum Recht einzelner Gruppen, sich gegen die Gesetze ihrer Unterdrücker aufzulehnen? Wie lässt sich eine Revolution einzelner Gruppen gegen bestehende Gesetze rechtfertigen, von denen behauptet wird, sie hätten universelle Geltung, also würden auch für sie gelten? Oder sind universelle Regeln am Ende nichts anderes als Mittel der Macht und Instrumente der jeweiligen Mehrheit, um Andersdenken und vor allem Anderslebende, also Minderheiten, zu unterdrücken? In diesem Video geht es um zwei Themen. Erstens um die Frage, was radikaler Universalismus ist und wie er sich rechtfertigen lässt. Und zweitens geht es um die damit verbundene Frage, wie sich der Identitätsdiskurs zu einem solchen Universalismus verhält. Denn identitäres Bewusstsein zielt ja gerade darauf ab, die eigene und nur die eigene Erfahrung in den Fokus zu rücken und endlich zu erwachen, also woke zu sein, um sich der Geschichte der Missachtung, Diskriminierung oder Verfolgung bewusst zu werden und die dann abzuschütteln. Lässt sich die Forderung eines Rechts allein im Namen seiner eigenen Gruppe überhaupt erheben, ohne Bezug auf universelle Regeln, also Regeln, die auch für andere gelten? Oder reicht die Behauptung, das eigene Recht zum Beispiel dem Ehrenkodex seiner Familie zu folgen oder einer religiösen Vorschrift, stehe über allen anderen Gesetzen? Ich will diese Fragen beantworten mit Blick auf ein Buch, von dem einige sich gewünscht hatten, dass ich es vorstelle. Das Buch hat den Titel Radikaler Universalismus jenseits von Identität und ist geschrieben von dem Philosophen Omri Böhm, der die israelische und deutsche Staatsangehörigkeit hat und an der New School for Social Research in New York Professor für Philosophie ist. Ich halte sein Buch für eine der interessantesten Veröffentlichungen zum Thema Identitätsdiskurs und Politik der letzten Zeit und gehe deshalb auch etwas ausführlicher auf seine Argumentationen ein. Beeindruckend ist vor allem, wie Böhm von Kants Philosophie auf eine, zumindest für mich, neue Weise Gebrauch macht. Aber zunächst zur Frage, was eigentlich Identitätsdiskurs bzw. Identitätspolitik ist, sprich eine Politik, die im Namen einer bestimmten Gruppe und ihrer Geschichte oder Identität erfolgt, weil sie, diese Gruppe also, beispielsweise mit Verfolgung oder Missachtung zu kämpfen hatte. Afrikanische Sklaven und ihre Nachfahren, aber auch aufgrund ihrer Sexualität diskreditierte Menschen, wären eine solche Gruppe. Omri Böhm macht das ganze Problem an einem heiß diskutierten Fall klar, den er jedoch für paradigmatisch hält, nämlich an der zionistischen Argumentation. Um es klar zu sagen, Böhm ist kein Zionist. Aber er unterstützt auch nicht die These, Palästinenser hätten das Recht, nur weil sie Palästinenser sind, mit allen Mitteln gegen den israelischen Staat vorzugehen, nur weil ihre Wut zum Beispiel durchaus nachvollziehbar ist und sie in Israel eine Kolonialmacht sehen. Etwas verkürzt lautet das Argument so. Der Universalismus der europäischen Aufklärung, also die Behauptung, dass die Aufklärung für alle gilt, hat uns weder vor dem Holocaust schützen können, noch hat er die Rechte von Gruppen wie die der Juden ausreichend verteidigt. Und trotz Aufklärung wurde aktiv Sklaverei und Kolonialismus akzeptiert und sogar gefördert. Deshalb braucht man endlich eine eigene Politik, die sich davon absetzt, eine eigene Politik, in diesem Fall beispielsweise eine eigene jüdische oder eine eigene schwarze Politik oder eine Politik der Sklaven, eine Politik, der durch Kolonialismus oder sexuelle Vorschriften unterdrückten und so weiter. Man braucht solche eigenen Politiken, könnte man sagen, sowohl um zu überleben in seiner Identität, als auch um sich endlich im Namen der Gerechtigkeit wehren zu können. Und zwar gegen die Vorherrschaft von Regeln und Gesetzen, die behaupten, im Namen der Aufklärung universal gelten zu können, faktisch aber überall zur Vernichtung von Menschen geführt haben. In diesem Fall zum Beispiel zur Vernichtung der Juden. Wichtig ist dabei der Gedanke, dass diejenigen, die keine Opfer waren, in dem Fall zum Beispiel die Nazis, auch kein Recht haben, sich über jene zu stellen, die Opfer wurden oder über sie urteilen. Und so kann ein Weißer auch nicht wirklich im Namen einer schwarzen Minderheit sprechen. Wer sich anmaßt, das zu tun oder sich über die Opfer der Sklaverei, des Holocaust, eines Genozids oder Ähnliches zu stellen, verteidigt in Wahrheit die Position der Eroberer, der Mächtigen, der Faschisten und ist daher, etwa im Fall der Schoah, in Wahrheit Antisemit. So oder so ähnlich funktioniert also das Grundmuster solcher identitären Diskurse. Sie laufen alle mehr oder weniger darauf hinaus, zu zeigen, dass Universalismus immer nur die Rechte der Mächtigen, die Rechte der Sieger und somit die Herrscher gegen die Beherrschten unterstützt. Wahre Gerechtigkeit bestünde stattdessen also im Aufbegehren einer bestimmten Gruppe, die unterdrückt wird, der Leid zugefügt wird, und zwar, weil diese beherrscht wurde, weil ihre Wut auch entsprechend nachvollziehbar ist. Und nochmal schärfer formuliert, wer jetzt hier die Demokratie ins Feld führt, um den Protest einzuschränken, der irrt, weil auch Demokratie in Wahrheit immer auf Unterdrückung anderer durch die jeweilige Mehrheit begründet ist. Das ist so in Umrissen das Argument der identitären Diskurse. Böhm macht in seinem Buch etwas klar, was im Grunde eigentlich intuitiv sehr einleuchtend ist. Gleich wer aus welcher Ecke kommt und mit welcher Begründung argumentiert, wer ausschließlich aus der Perspektive der eigenen und nur der eigenen Identität startet, so verständlich das im Einzelfall auch sein mag, aufgrund erlittener Verletzungen, Traumatisierung und so weiter. Also wer das so macht, wird am Ende nicht nur eine Zurechtweisung der anderen fordern, also dass die endlich damit aufhören, sondern er oder sie wird auch die Auslöschung der anderen wollen. Wenn allein ein israelisches Wir Juden oder ein palästinensisches Wir Palästinenser am Ursprung des gesamten Denkens steht, so Böhm, dann werden beide jeweils versuchen, sich gegenseitig auszulöschen und nachhaltig ihre jeweilige Lebensweise, Legitimität, ihre Erzählungen und Geschichte durchzusetzen, gegen die anderen. Ein Aspekt des Arguments von Böhm ist, dass schon eine um Wahrheit bemühte Analyse zeigen würde, dass die Tatsachen weder alleine durch die eine noch durch die andere Version oder Sichtweise erschöpfend beschrieben werden kann. Die Realität ist viel komplexer als die begrenzte Sichtweise aus einer, nämlich aus einer einzigen Perspektive jeweils. Ein Staat wie Israel lässt sich argumentativ, wenn man es verkürzt und sich es einfach macht, sowohl als kolonialistischer Apartheidsstaat plausibel machen, genauso gut aber auch als letzter Schutz und demokratischer Staat von Holocaust-Überlebenden, die der Vernichtung entkommen sind und sich und ihre Nachkommen schützen wollen. Ich hoffe, es ist bis hierhin deutlich geworden, wie im Prinzip alle Begründungen der zum Teil hoch emotionalisierten, identitären Diskurse im Prinzip laufen. Gefühle sind ja keine Argumente, sondern sind wirksame Verstärker, die zur Not aber auch völlig ohne weitere Begründungen oder Argumentationen funktionieren würden. Verletzte Identitäten, und davon gibt es leider viele, bieten genügend Grund, sich zu wehren. Gute Gründe. Die entscheidende Frage lautet aber, zumindest aus philosophischer Perspektive, welchen Ausweg gibt es aus dieser fatalen Lage identitäre Ansprüche, die am Ende nur um sich selber kreisen und dann auch wieder Negatives bewirken? Antwort, indem die eigene Position, die sich ja gegen andere Vorstellungen richtet und vor allem gegen Unterdrückung angeht, nicht nur mit der eigenen Geschichte begründet wird, sondern auch mit der Gleichheit aller Menschen, das heißt mit der Idee universaler Gerechtigkeit. Das scheint auf den ersten Blick ein bisschen paradox zu sein und deshalb schauen wir uns das Argument mal näher an. Ein wesentlicher Teil des Buches befasst sich mit konkreten Ereignissen, vor allem der schwarzen Bürgerrechtsbewegung und insbesondere mit dem Civil War der Vereinigten Staaten. In diesem Krieg, der ja bis heute Nachwirkungen zeigt, bis in die aktuellen Wahlen hinein, ging es letztlich nicht, wie oft behauptet, allein um wirtschaftliche Interessen oder darum, die Idee der Einheit Amerikas endlich mit Gewalt durchzusetzen, sondern worum es im Kern ging, das war die Abschaffung der Sklaverei. Es war also ein Kampf gegen die Vorstellung, dass es im selben Staat Menschen gibt, faktisch, die nicht dieselben Rechte haben. Weiße behaupteten immer wieder, dass Schwarze theoretisch ja also irgendwie so dieselben Rechte wie Weiße hätten, aber faktisch sollen die doch bitte getrennt von uns leben, mit allen Konsequenzen, die das hat. Omri Böhm bezieht sich in seiner Argumentation überwiegend auf Kant, interpretiert ihn aber, wie mir scheint, neu. Denn wird nicht gerade Kant heute gecancelt, weil er von einigen Theoretikern nicht nur als Vater des modernen Rassismus und sogar der Apartheid angesehen wird, sondern letztlich auch noch als Ideengeber für den Nationalsozialismus. Es besteht kein Zweifel daran, dass sich bei Kant aus heutiger Sicht rassistische Bemerkungen finden. Ja, und Böhm setzt sich damit auch ausführlich auseinander. Ich will hier nur das Hauptargument skizzieren, das ja damit zu tun hat, wie wir aus der fatalen Bezugnahme allein auf unsere eigene Identität herauskommen. Wobei diese Identität natürlich nicht nur die eigene sein muss, sondern es kann auch die einer großen Gruppe sein, wie zum Beispiel die Identität einer eigenen Nation. Aber auch das wäre der falsche Ausgangspunkt, um einen radikalen Universalismus zu verteidigen. Die einzige Quelle einer universalistischen Politik, so Böhm, kann letztlich immer nur die Gleichheit aller Menschen sein. Und hier kommt eines der stärksten Argumente von Böhm. Kant war es, der als erster entdeckt hatte, dass die Aufklärungsbewegung vor ihm gerade keine universalistische Bewegung war, sondern im Grunde das genaue Gegenteil. Anders formuliert, Kant entdeckte, wie wenig aufgeklärt die Aufklärung vor ihm bis zu ihm war. Faktisch war Kant damit der erste Denker in der Geschichte, der die Idee der Menschheit als moralischen Begriff formuliert hat. Was aber macht jetzt Menschen menschlich? Was Menschen auszeichnet, ist nicht diese oder jene Eigenschaft, also Hautfarbe oder Sexualität oder was auch immer, die sich dann messen lässt, sondern die Befähigung zur Freiheit, die Fähigkeit, sich aus den jeweiligen Bedingungen zu erheben und übergeordneten, nämlich moralischen Gesetzen zu folgen. Gesetzen, die unabhängig von Konventionen, Eigenschaften, unabhängig von der Erfüllung dieser Eigenschaften gelten und in ihrem Geltungsbereich nicht eingeschränkt sind auf die eigenen Interessen, eigenen Wünsche oder Ideen oder die Ideen derer, die jeweils gerade über Macht verfügen und eine Gesellschaft entsprechend dann auch als Mehrheit prägen. Auch der Konsens einer Gruppe von vielen Menschen, die also dann eine große In-Group bilden, ist nicht das, was letztlich Legitimität, Recht oder einen guten Grund für das Handeln begründet. Bestes Gegenbeispiel ist der Konsens der Nazis, Juden zu vernichten. Der Kampf für Aufklärung und Gerechtigkeit lässt sich nicht im Namen einer Gruppe oder Identität rechtfertigen, sondern nur im Namen eines tatsächlichen Universalismus, der den Geltungsbereich moralischer Normen nicht nur auf eine bestimmte Gruppe oder Gruppen anwendet und auf andere nicht, sondern von vornherein auf alle Menschen. Man könnte auch sagen, Gerechtigkeit ist selbstreflexiv. Sie muss sich auf andere ebenso wie auf die Gruppe beziehen, die die Gerechtigkeit einfordert. Was aber ist mit den Geltungsansprüchen konkurrierender Autoritäten? Wie, darauf geht Böhm ja im Buch ein, der Nord- und der Südstaaten in den USA, also der Unionisten, die ein vereintes Amerika wollten, und der Abolutionisten, also derer, die sich gegen die Sklaverei aussprachen. Beide Seiten bezogen sich ja auf die Unabhängigkeitserklärung. Insofern scheinen ihre jeweiligen Forderungen ja durchaus berechtigt und gerecht zu sein, zunächst mal. Das Problem ist aber, und darauf hat es schon Alexis de Tocqueville hingewiesen, dass leider auch eine Demokratie die Neigung verstärken kann, sich durch Abstimmung der Mehrheit anzupassen und damit allein dem öffentlich vorherrschenden Konsens zum Bewertungsmaßstab zu machen. Gerechtigkeit realisiert sich aber nicht einfach durch Konsens oder Konformismus, egal welcher Art. Auch nicht durch völlige Konformität mit den Unterdrückten. Nun klingt das irgendwie verdächtig. Waren nicht die Verteidiger der Gleichheit aller Menschen, also beispielsweise ja die Gründerväter Amerikas, selber Sklavenhalter und hat sich Kantens, der diesen Universalismus fordert, nicht selbst Afrikanern gegenüber rassistisch geäußert? Waren es nicht weiße Männer, die sagten, alle Menschen seien gleich, um dann zum Beispiel die Eingeborenen in Lateinamerika, denen sie begegneten, vollkommen ungleich zu behandeln? All das ist richtig. Und dennoch, der Universalismus von Werten lässt sich nicht begründen durch einen Hinweis allein auf eigene Zwecke, so berechtigt die auch zunächst erscheinen mögen. Und er lässt sich auch nicht begründen durch den Hinweis auf angebliche Fakten, mit deren Hilfe das, was den Menschen auszeichnet, also den Menschen zum Menschen macht, bestimmt werden soll. Genau ein solches Verständnis schien Charles Darwin nahegelegt zu haben. Dass sich Fragen wie zum Beispiel die, was Menschen denn nun eigentlich ausmacht, was ist der Mensch, allesamt ableiten lassen von bestimmten Funktionen oder Zwecken der Natur. Für Darwin gibt es ja nichts Übergeordnetes oder Metaphysisches, sondern es gibt nur die Natur. Punkt. Nietzsche formulierte diesen Gedanken so, dass das Leben selbst im Kern etwas völlig Unmoralisches sei. Das Leben kennt zunächst mal überhaupt keine Moral. Die Natur kennt überhaupt keine Moral, sagen Darwin und Nietzsche, da diese immer nur als Forderung der Unterdrückten gegen die Unterdrücker ins Spiel kommt. Und da der Mensch, wie Darwin und andere Argumentierten, ganz und völlig in der Natur aufgeht, sozusagen völlig eingetaucht ist in die Fakten, ist Moral letztlich immer subjektive Willkür. Und genau das ist auch die Wurzel von Nietzsches Nihilismus und bis heute das eigentliche Fundament identitärer und fundamentalistischer Bewegung. Nämlich die Annahme, Werte seien nichts anderes als Eigeninteresse, als die Interessen der eigenen Gruppe. Und Moral sei daher auch im Kern irrational. Da die Dinge einfach sind, wie sie sind, muss man Werte machen. Und wenn man sie macht, dann ausgehen von den eigenen und nur von den eigenen Interessen. Man behandelt sich selber dann als Zweck an sich, also man ist das Wichtigste. Und die anderen sind nur die Mittel, diesen Zweck, zum Beispiel das eigene Wohlergehen, zu erfüllen. Die Realität, einem universellen Geltungsanspruch zu unterwerfen, kann daher nur als anthropomorpher Irrtum verspottet werden, schreibt Böhm. Also das sind ja die Argumente von Darwin und Nietzsche. Hier schwingt sich nämlich ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen auf und glaubt, die Natur, die ja keine Werte kennt angeblich, würde den eigenen Wertvorstellungen entsprechen oder müsste ihnen folgen. Genau so zu denken galt und gilt für viele aber bis heute als Aufklärung oder galt als aufgeklärt Denken. Nämlich Aufklärung als Kritik an der Universalität, als Kritik an der Absolutheit, zum Beispiel eines Gottes oder Königs, im Dienst der eigenen, als richtig anerkannten Interessen. Das war sozusagen vorkant, das Verständnis von Aufklärung. Böhms Hauptargument ist nun zu zeigen, dass dieses bis heute weit verbreitete Verständnis von Aufklärung ein widersprüchliches, fehlerhaftes Verständnis war. Und genau dagegen hatte Kant sich ausdrücklich und in dieser Form als erster überhaupt zur Wehr gesetzt. Es war und ist paradoxerweise diese Vorstellung von Aufklärung, so Böhm, die den radikalen Universalismus, also die Behauptung, dass es absolut geltende, zum Beispiel moralische Regeln gibt, am entschiedensten herausfordert. Und zwar genau diese Philosophie der ersten Aufklärung, die in Wahrheit eine Ideologie der Absolutheit, der eigenen Interessen, der eigenen Macht und der eigenen Identität war. Und was also macht Kant anders? Worin besteht seine Kritik? Einfach gesagt kritisiert er die bisherige Aufklärung vor ihm aus einem einzigen Grund, weil sie einseitig ist, ihren eigenen Geltungsbereich und vor allem den der Gerechtigkeit willkürlich einschränkt. Sie ist nicht universal. Und der Ausweg, diesen Ausweg zeigt Kant in seiner berühmten Schrift, was ist Aufklärung? Und dieser Ausweg ist das eigene Denken. Aufklärung bedeutet nichts anderes als wirklich selber zu denken und sich nicht einfach dem Diktat eines anderen, sei es nun eines Machthabers oder der Mehrheit zu unterwerfen. Das klingt zunächst mal nur nach der alten Aufklärung und nach Eigeninteresse. Selber denken heißt seinen eigenen Interessen folgen. Zu denken bedeutet aber auch, fährt Kant fort, sich nicht leicht hin dem zu unterwerfen, was die Wissenschaft gerade als Fakt oder Wahrheit ausgibt. Denn auch ihr Wissen beruht ja jeweils nur auf den gerade besten Hypothesen und die können sich bekanntlich ändern. Erst in Bezug auf den Menschen wird daraus ein moralischer Schuh, denn der Mensch ist nicht einfach nur Natur. Das Problem ist, dass der Mensch ebenso wenig einfach nur dieser Mensch mit seinen Interessen ist, noch einfach eine bestimmte biologische Art, als die er definiert wird, durch bestimmte Merkmale wie Hautfarbe, Geschlecht oder Religion, sodass man mit dieser Bestimmung dann alle Menschen über diesen einen Kamm scheren kann. Genau diese Denkweise führt ja dazu, den eigentlichen Menschen zum Beispiel als weiß oder als Menschen of color dann als minderwertig zu beschreiben. Der Mensch entspricht jedoch ebenso wenig nur einer einzelnen historischen, biologischen oder soziologischen Definition. Was ihn auszeichnet, so Kant, ist vielmehr Freiheit. Und diese Freiheit besteht darin, anders sein zu können und sein Verhalten ändern zu können und es zu verantworten, das heißt auch gute Gründe dafür angeben zu können, warum man sich so verhält. Moral besteht deshalb gerade darin, sich nicht durch den Markt, nicht durch die Natur oder Mehrheit oder eine bestimmte Definition bestimmen zu lassen, sondern zu verstehen, durch Denken zu verstehen, dass jeder Mensch und damit alle Menschen ein Zweck an sich selbst sind. Und gerade weil diese Definition zunächst sehr abstrakt ist, entkommt sie der Falle der Bestimmung. Sklaverei verletzt diesen Grundsatz, Menschen als Zweck an sich selbst zu betrachten, auf paradigmatische Weise. Sklaven sind dann Arbeitskräfte, die einen bestimmten Preis, also Zweck haben und dieser Preis kann sinken und er kann steigen. Sklaven werden am konkreten ökonomischen Marktwert bestimmt. Sklaven sind Mittel, sie sind aber nicht Zweck an sich selbst. Und genau das ist die entscheidende Einsicht. Böhm schreibt, hat man Kants Argument verstanden, dann zeigt sich, dass Würde, Abstraktion, Universalismus und Autorität untrennbar miteinander verbunden sind. Würde hängt von Freiheit ab, die das Vermögen ist, nicht durch konkrete Tatsachen bestimmt zu sein. Sie kann deshalb nur abstrakt sein. Und da sie abstrakt ist, ist ihr Geltungsbereich universell und schließt alle ein. Universelle Normen beziehen sich auf Menschen, gehen aber über jede menschliche Autorität hinaus. Und das ist der entscheidende Schlüssel. Dem Denken, Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, und der Abstraktion zu trauen. Abstraktion bedeutet ja Absehen, Loslösen. Bedeutet, sich von der jeweiligen Lage, den jeweiligen Interessen freizumachen und auch freimachen zu können. Freizumachen also von Zuschreibungen, etwa sexuellen oder religiösen oder angeblichen Wahrheiten wie, die Ureinwohner Amerikas sind keine Menschen. Es ist diese Fähigkeit zu abstrahieren, sich loszulösen und dadurch seinen Blick auf alle Menschen zu richten, diesen Blick zu weiten auf die Vielheit der Menschen, die entscheidend ist. Gerade weil Universalismus der Menschenrechte abstrakt ist, was ja immer als Gegenargument genommen wird, was man ihm vorwirft. Also gerade weil der Universalismus der Menschenrechte abstrakt ist, kann und muss er für alle gelten. Erst das macht es daher auch möglich, sich im Namen dieser Rechte aller Menschen über bestimmte Rechte hinwegzusetzen, die allein für eine einzelne Gruppe oder Nation oder von einzelnen Menschen beansprucht werden. Paradigmatisch dafür sind die Nazis, deren Gesetze ausschließlich für Nazis galten, mit der Behauptung, sie würden für alle Menschen gelten. Doch der Nazi-Ideologie zufolge waren weder Juden noch beispielsweise schwerbehinderte Menschen überhaupt. Und genau dagegen richtet sich Kant. Er untergräbt alle Autoritäten, um sie durch eine einzige andere zu ersetzen, schreibt Böhm. Er akzeptiert die Autorität der Gerechtigkeit nicht, weil ein Gott sie befiehlt oder ein Herrscher oder ein König oder eine Nation oder eine Mehrheit wie die der Nazis. Gerechtigkeit lässt sich nur deshalb als absolute Norm begreifen, weil sie darauf beruht, eine bedingungslose Autorität anzuerkennen, die eben nicht von bestimmten Menschen gemacht ist, sondern für alle in gleicher Weise gilt. So wie sie paradigmatisch in der Erklärung der Menschenrechte oder eben der Unabhängigkeitserklärung formuliert ist. Die Unabhängigkeitserklärung, schreibt Böhm, gewinnt ihren Universalismus und ihre ursprünglich revolutionäre Bedeutung zurück, wenn man sie interpretiert als kantianisches Dokument. Da die Wahrheiten, die sie verkündet, absolut sind, stehen sie über jeder menschlichen Abmachung oder Regierung, ob despotisch oder demokratisch. Und genau daraus erwächst ja auch das Recht, sich zur Not gegen das Gesetz einer Regierung zu wenden. Eine Vorschrift, die nur für heterosexuelle oder nur für queere Menschen gilt, auf der anderen Seite, kann keine Vorschrift, kein Gesetz für alle werden und damit weder eine moralische noch eine gerechte Vorschrift sein. Identitäre Bewegungen leiden ebenso wie der Neoliberalismus, der an alles ein Preisschild klebt, nicht nur an dieser notorischen Überbetonung des Eigeninteresses oder Eigennutzes, man könnte auch sagen, sie leiden am überhöhten Selbstbezug und Narzissmus, sondern auch an einem fatalen Tatsachenfetischismus. Damit ist gemeint, dass man die Tatsache, dass es bestimmte wirtschaftliche Regeln oder eine Hautfarbe oder irgendwelche Eigenschaften tatsächlich gibt, zum Modell für jede Moral und jede Vorstellung von Gerechtigkeit macht. Dann aber wären ethische Aussagen tatsächlich nichts anderes als Mehrheitsmeinungen, Mythen, Ideologien oder so ein aufgeblähter Egoismus. All diese Bewegungen verweigern sich der kantischen Idee der Menschheit, schreibt Böhm, und kehren zu einer vorkantianischen, positivistischen Aufklärung zurück, die ihr vorausging. In dem Buch von Böhm steckt noch einiges mehr drin als meine Skizze seines Arguments und ich habe vieles ausgelassen. Ich halte sein Buch jedenfalls gegenwärtig für eine der besten und spannendsten Analysen des Problems von Identitätsdiskursen. Man sollte sich unbedingt damit und vielleicht dann danach auch erneut mit Kant befassen. Das werden vermutlich nicht alle von euch so sehen, daher bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare. Und Tschüss.